Also zweiter Versuch, gerade habe ich den falschen Knopf gedrückt. Wie gesagt, hier ist alles professionell in Planung. Dominik ist schon weg. Wir haben hier gerade zusammengesessen und ich nehme euch jetzt noch mal mit hier weg, weil ich habe eine wichtige Info für euch und zwar ist morgen der Tag anders geplant, als wir gedacht haben, weil in den Auen wurde jetzt gut aufgeräumt und wir müssen jetzt erstmal in den Auen mit ganz großem, schweren Gerät diese Anschwemmungen rauskriegen aus den Bäumen und da können wir keinen Fußvolk gebrauchen. Wir werden euch in andere Gebiete schicken. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr habt Scouts dabei, ihr werdet in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in den Ahrbereich Weinberge säubern und andere Bereiche. Also das ist jetzt verschoben. Die Auen müssen wir erst mit schwerem Gerät bearbeiten. Es kommen insgesamt neun Erdkarren. Also das, was ich habe, mal neun. Dann kommen insgesamt, ich glaube, sechs Bagger. Und damit probieren wir das Waldgebiet zu machen. Wir brauchen wahrscheinlich fünf Tage für das Waldgebiet, was komplett zugeschwemmt ist. Das möchte ich nur als Info mitgeben an euch alle, dass die Aue morgen erstmal nicht bearbeitet wird. Wahrscheinlich nächstes Wochenende. Wir wollen keine Gefahr für irgendwen und wir müssen da wirklich mit den großen Geräten richtig forschen und schnell arbeiten und effektiv. Deshalb, ihr seid weiterhin aufgerufen, bitte morgen zu kommen. Nur, wir gehen dann in andere Gebiete. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag und ein sehr schöner Abend jetzt noch. Dann ab 20 Uhr hatten wir eigentlich dieses Meeting. Ist durch die Versteigerung ein bisschen später geworden. Aber ja, das läuft hier alles ziemlich perfekt. Wir hatten ja auch nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Wir hätten zwar gehofft, aber es war einfach gigantisch, was ihr heute weggeräumt habt. Ich möchte mich dafür wirklich bedanken. Und wir sind auf euch angewiesen. Ohne euch können wir es nicht machen. Und deshalb bitte kommt weiter morgen. Gerne so wie geplant hier hinkommen. Aber dann wird eben im Stadtgebiet aufgeräumt. Und wir machen die Vorarbeit in den Auen. Ja, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Und ich sage mal, schönen Feierabend. Wir sehen uns. Bis dann. Bis morgen. Ciao.